Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Freitag, der 9. Juni 2017. Hier spricht die Geek Talk 136 zu euch. Martin Pockipsi-Rechsteiner und ich habe die folgenden Themen für euch eingepackt und bringe jetzt auf den Tisch. Amazon Echo, häufigste Fragen, Apple Music, Datenaktualisierung auf Maps, Apps löschen, HomeKit-Erweiterung, Patch-Day bei Android und SOME-Verknüpfung. Na dann, beginnen wir doch mal in einer Woche, wo es um viele Analogie oder besser gesagt digitale Assistenten geht. Amazon hatte, kurz nachdem Apple sein HomePod vorgestellt hat, eine Verlaubbarung machen lassen, denn sie möchten ihr System öffnen. Das heisst, ihre Geräte, auf denen sie Alexa laufen haben, also den Assistenten, möchten sie Siri und oder auch Google, den Assistant, laufen lassen. Sprich, das Ganze öffnen für Drittassistenten. Cortana könnte man sich da auch vorstellen. Ich glaube nicht, dass wir da so schnell Siri drauf sehen werden, weil ja, halt Apple. Eventuell Google, den Assistant, wer weiß, wer weiß, oder Microsoft. Das könnte alles möglich sein, wenn ihr zu den Firmen gehört, die eben solche Systeme haben. Ihr dürft euch melden bei einem jungen Herrn, David Limp, nennt sich der, und der hat seine Telefonnummer in diesem Internet, meint er, und die CEOs dürfen sich dann bei ihm melden. Ich bin ja mal gespannt, was da so kommen wird. Wenn wir schon gerade bei den Sprachassistenten sind, was wird am meisten gefragt bei diesen Sprachassistenten? Da gibt es jetzt eine kleine Statistik dazu von Statisa, begonnen von allgemeinen Fragen über Wettermusik, Timer Wecker, Erinnerungs-To-Do, Kalender, Smart Home Anwendung, Nachrichten, lokale Geschäfte finden, Spiele, Produkte bestellen und Lebensmittel bestellen. Das waren so die wichtigsten und einfachsten, schnellsten Geschichten. 22% hören übrigens Nachrichten über solche Gestichten. Spannend, spannend, was man so da nutzt. Vielleicht mögt ihr euch uns das auch mitteilen. Kommentare oder Social Media, Mail, wie auch immer ihr möchtet. Wir sind gespannt. Rund um die WWDC gingen ja auch wieder die eine oder andere Zahl raus. Zum einen über, keine Ahnung, welche verschiedenen Gadgets und so weiter. Was auch rausgeflogen ist, sind aktuelle Zahlen. Noch im Dezember letzten Jahres war Apple Music bei 20 Millionen Nutzern. Jetzt, nicht mal ein halbes Jahr später, oder doch ein halbes Jahr später, ist es dann schon bei 27 Millionen. Also Apple Music wächst nach wie vor stark. Und ja, schliesst immer mehr an Spotify auf. Die sind aktuell bei 50 Millionen zahlenden Abonnenten und somit Marktführer. Aber ja, gehen wir zum nächsten Thema. Ein ganz kurzes ist, Apple hat die Kartenmaps, also Apple Maps, abgedatet in der Schweiz. Und zwar mit Hilfe des Telefonbuches in der Schweiz. Mit dem Swisscom Directories. Da haben sie die ganzen Daten rausgezogen, was Geschäfte etc. betrifft. Ich bin mal gespannt. Ich werde nachher noch ein bisschen digital reisen quer über die Schweiz. Mal schauen, was ich da alles finde. Dann haben wir iOS 11. Das ist schon ein geiles Stück Software oder wie gesagt Betriebssystem, was da auf uns zukommt. Und eine Funktion, die sicherlich meine Frau zu schätzen lernen wird, ist Speicherplatz. Wenn ihr da nicht allzu viel habt, schaut sich iOS das Ganze an. Merkt, oh, da ist nicht mehr so viel Platz. Und schaut nach, welche App ihr dann schon lange nicht mehr benutzt habt. Und die werden gelöscht. Keine Angst, meine Lieben. Das Ganze müsst ihr proaktiv aktivieren beim ersten Mal. Und nachher bleibt das so. Eben sprich, wenn ihr in Speichermangel kommt oder in die Nähe des Speichermangels, dann werden die Apps gelöscht. Aber auch da wieder keine Angst. Die ganzen Daten, die drin sind, sowie die ganzen Einstellungen etc. Die bleiben erhalten im System. Und wenn ihr die App nochmals einfach runterladet, denn wenn ihr es wieder braucht, dann kommen auch die Daten wieder zum Vorschein. Sehr, sehr, sehr cool gelöst. Dankeschön, Apple. Und wir gehen weiter zu HomeKit. Auch da gab es Neuigkeiten, die Tage an der WWDC. Zum einen ein bisschen Aufbohrung und bla bla bla. Halt die typischen Geschichten. Aber Apple öffnet sich weiter für die Open Source Community. In Zukunft können nicht nur Hardcore zertifizierte Geräte bei Apple Einzug erhalten, die dann auch noch einen riesen Prozess durchlaufen müssen. Nein, es wird in Zukunft auch die Möglichkeit geben, Geräte, die eben nicht zertifiziert sind, relativ einfach in das ganze System einzubinden. Und genau da wird es jetzt spannend. So eine Ikea-Birne wäre doch genauso was in dieser Richtung. Ihr seid nicht im Besitz eines Apple iPhones. Ihr habt irgendeine Androide. Dann seid ihr eventuell glücklich, wenn ihr es dann bekommen habt. Denn Google hat ein Uni-Update rausgehauen. Für die Nexus und die Pixel-Geräte. Und da 103 Schwachstellen geschlossen. Teilweise Schwachstellen, die schon über drei Jahre alt sind. Also Dinge, die eigentlich schon lange hätten gestopft werden müssen. Aber ja, immerhin kommt es jetzt. Runterladen, anschmeißen und wieder freudig werden. Dann gab es rund um die WBDC auch einen riesen Aufschrei wieder mal. Also riesen, so in der Bubble da drüben. Technik, Apple und so weiter. Denn in der Beta haben die einen oder anderen findigen Nutzer ausgefunden, gibt es keine Einstellung mehr für Facebook und Twitter. Quasi, wo man die ganzen Konten sich in den Einstellungen hinterlegen kann. Und dann haben diverse Apps darauf zugegriffen. Einfaches Handling von den ganzen Daten etc. Und wie gesagt, der Aufschrei ist wieder mal richtig hässlich. Jeder zweite Blogger, der da ein bisschen News tickert, schreibt darüber. Es ist ja nicht so, dass die Dinge rausgeflogen sind, sondern es gibt generell eine Änderung. Bei Safari können Passwörter, die ihr euch hinterlegt habt in der Cloud, diese weitergeben. Also sprich die Passwörter an Apps, wie zum Beispiel Facebook oder Twitter. Was heisst das für euch? Es kann sein, dass der eine oder andere Passwortmanager bald schon überflüssig wird für euch. Aber noch viel mehr heisst es, dass ihr eben diese quasi Hinterlegung im System nicht mehr braucht. Denn so habt ihr das ganze System übergreifend. Oder gerätübergreifend, besser gesagt. Das war es eigentlich auch schon mit den News, die ich für euch vorbereitet habe. Die Woche ist rum. Schön war es mit euch. Nächste Woche wird es der, mein Gott, Achim sein, der wahrscheinlich mit euch wieder durch die Woche begleiten wird. Schaut am Sonntag auf Geek Talk Daily auf Twitter nach. Da werden wir das Ganze kommunizieren, wer dran ist. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Ihr habt das eine oder andere mitnehmen können. Ansonsten empfehlt uns wieder mal weiter oder gebt uns eine Bewertung. Wir freuen uns auf beides. Und euch einen schönen Tag. Und dann nächstens bald schon ein schönes Wochenende. Erholt euch gut. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.